Herzlich willkommen zurück zur Stoic Challenge Dark Souls 3 durch Sinnlosigkeit zum ausgeglichenen Seelenleben und zum Glück. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen über Sinnlosigkeit gesprochen, während wir uns in Profaned Capital vorgearbeitet haben, in die entweite Hauptstadt, was immer es damit auf sich haben wird. Der Schlussgegner, das wissen wir schon aus dem Vorspann, oder was heißt schon, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, aber im Vorspann jedenfalls war der Schlussgegner in der Profaned Capital Yawm der Riese. Wie gesagt, ob das stimmt, ist so ein bisschen unklar, weil ja auch Aldrich in der Cathedral of the Deep erwartet wurde und er stellte sich dann raus, dass Aldrich in Anor Londo auf uns gewartet, nicht hat, sondern immer noch auf uns wartet. Weil wir den auch gar nicht besiegt haben. Mir wird gerade klar, dass ich 32.000 Seelen hier habe. Deswegen mache ich jetzt mal flugs eine Planänderung, weil wir hier ja eh im Bonfire gerade sind. Ich gebe mal gerade diese 32.000 Seelen anlösen und dann versuchen wir uns nochmal an Aldrich mit etwas mehr Ruhe und etwas mehr Analyse. Und dann eigentlich muss der ja zu schaffen sein und dann wäre diese Sackgasse, bzw. dieses lose Ende beendet. Ich glaube nicht, dass es nach Aldrich da oben noch weitergehen wird in Anor Londo. Ich weiß es nicht, vielleicht geht da auch dahinter noch was weiter, aber vermutlich nicht. Und dann wäre das zu Ende. So, letztes Mal habe ich angekündigt. Letztes Mal haben wir über Sinnlosigkeit und warum Sinnlosigkeit einen ästhetischen und seelischen Gewinn bringen kann. Ein bisschen palavra. Heute, jetzt soll das Thema sein, eine Erkenntnis, die ich hatte, unter anderem beim Spielen hier, also bei diesem Experiment. Das ist eine Erkenntnis, die wirklich aus diesem Experiment bekommt. Das ist keine besonders fundamentale Erkenntnis. Ich kann da auch nicht sehr stolz auf mich sein, aber sie ist trotzdem nützlich, möchte sie trotzdem anbringen, weil sie mir geholfen hat. Und weil ich auch glaube, dass da wahrscheinlich schon eine allgemeine Nützlichkeit drin steckt. Und ich habe sie nicht nur beim Spielen, also beim Aufnehmen dieser Videos, ist mir das nicht nur klar geworden, sondern auch beim Schneiden. Und da, da habe ich auch glaube ich schon mal drüber gesprochen, da liegt auch so eine Erkenntnis. Denn beim Schneiden habe ich ja eine Außensicht. Da trete ich quasi neben mich und sehe mich selbst, wie ich interagiere. Also ich sehe ja sowohl, was ich in dieser virtuellen Welt auslöse, weil ich ja auch das Spielvideo sehe. Das heißt, ich sehe, wie ich agiere. Und ich sehe vor allem die Diskrepanz zwischen dem, was ich sage, nämlich, oh, die Kamera ist ja wieder furchtbar und mach doch mal den Angriff. Und der Wahrheit, nämlich, dass ich zum Beispiel bei Mach doch mal den Angriff ganz oft ja den Attack-Button vorher gespammt habe. Also ganz oft hintereinander gedrückt habe. Wodurch bei Dark Souls speziell, das führt ja bei normalen Spielen dazu, dass dann einfach die ersten paar Mal, die man drückt, sind egal. Und das letzte Mal wird dann ausgeführt. Weil jedes Mal, wenn man neu drückt, die vorige Aktion abgebrochen wird. Und das ist ja bei Dark Souls die interessante Mechanik, dass das nicht geht, sondern dass eine einmal gestartete Aktion zu Ende gemacht wird. Und das heißt, ich habe mich selber blockiert, merke das aber beim Spielen nicht. Und der Schritt nach außen und die Beobachtung, die Selbstbeobachtung ist dann sehr hilfreich. So, und die Erkenntnis jetzt, nach all dem Vorgerede. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil dieser Ladebildschirm, ich meine, ich habe noch was zu sagen, aber der könnte jetzt noch mal zu Ende gehen. Die Erkenntnis ist, dass die, so funktioniert das nicht, muss ich da noch mal hier mich kurz darauf konzentrieren. Ja, ich hatte ja gesagt, vielleicht Intelligent mal ein bisschen aufwerten, damit wir irgendwann auf Spellcasting umsteigen können. Weil ich damit bei Dark Souls 1 ganz gute Erfahrungen mitgemacht habe. Das ist natürlich eine Doppelaufgabe, weil der Tunement brauchen wir ja auch noch, damit wir Slots kriegen für die Zaubersprüche und mehrere Zaubersprüche benutzen können. Die andere Option wäre weiterhin... Hier die Stärke zu vergrößern. Oder aber... Ich mache mal das Terminal, weil das können wir ja immer brauchen. Wir haben ja, ich weiß nicht, wie oft man das machen kann, aber wir haben ja jetzt auch die Option, das irgendwann nochmal komplett umzuverteilen, die man da vielleicht auch mal wahrnehmen kann. So. Auf zu Aldrich und zum Thema. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Frustrationstoleranz durch die ganzen Methoden und die Bewertung und das Framing, all diese Dinge, über die wir gesprochen haben, also wie gehe ich damit um, wenn es Rückschläge gibt, wie bewerte ich das, wie bewerte ich meine eigene Leistung da drin, All die Dinge, die uns die negativen Gefühle machen, die ja selber ein Schaden sind, also die keine oder fast keinen Wert haben. Die haben ein bisschen Wert, wie gesagt, beim Lernen als negatives Signal. Als Signal an die Lernmechanismen, hier ist was schiefgelaufen, braucht man das negative Gefühl. Aber darüber hinaus ist das nahezu nutzlos. Und schlimmer noch, schädlich. Und dann gibt es diese ganzen Techniken, wie man das wegbekommt. Und dann habe ich auch schon mehrfach darüber gesprochen, dass es natürlich für all diese Techniken und für all diese Ruhemomente, die man nutzen kann, um das zu absorbieren, was da an Feindseligkeiten auf einen eingeworfen wird, lädt das schon wieder so lang. Ich frage mich, ob das zusammenhängt mit dem Framerate-Problem, dass irgendwas mit dieser Xbox, vielleicht ist wirklich die Platte zu voll. Ich weiß gar nicht, ob das allgemein so ist, aber diese Techniken haben in der Regel eine begrenzte Leistungsfähigkeit. Also vor allem, wenn immer mehr Frustrationen kommen, wenn immer mehr Rückschläge kommen, dann ist irgendwann das erschöpft und dann bricht doch wieder die drunterliegende Unsicherheit, Wut, das Gefühl der Benachteiligung, das Gefühl, man hat versagt. Also diese ganzen negativen sozialen und Selbstwertkomponenten, die mit Frustration und Scheitern einhergehen, das kennen wir ja alle, die kommen dann irgendwann durch, wenn es zu viel wird. Das kenne ich sowohl aus dem Alltag, als auch jetzt aus diesem Experiment hier. Und die interessante Erkenntnis, die ich irgendwann hatte, und wie gesagt, das ist jetzt keine Weltbewegung, ist, dass man ja selber die Wahl hat, oft, an welcher Stelle man aussteigt. An welcher Stelle man sagt, für heute ist es genug. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich es noch verdauen kann, aber ich merke, wenn jetzt noch zwei, drei Sachen schief gehen, dann ist mein Gleichmut gestört. Dann fange ich an, das persönlich zu nehmen, dann fange ich an, mich selber in Frage zu stellen, anstatt das als Herausforderung zu begreifen. Dieser Trick, der ursprünglich ja mal das Ganze inspiriert hat aus dem Buch Stoic Challenge, deswegen heißt das ja immer noch hier Stoic Challenge. Der Trick, nämlich alle Rückschläge nicht zu begreifen, als was Negatives das an runterzieht, sondern als eine Aufforderung, es besser zu machen. Lieber Himmel, das lädt immer noch. Das ist, okay, also ich muss definitiv mich mal um diese Xbox kümmern. Das kann ja nun nicht sein. Das zusammen mit der ruckelnden Animation und dann immer wieder wechselnden Geschwindigkeiten und, okay, da kann ich mir vielleicht auch das Leben leichter machen. Das ist das andere, wenn man, also man kann aufhören, das ist das eine, man kann aufhören, wenn die Frustration ein bestimmtes Level erreicht hat und man merkt, der Speicher ist jetzt fast voll. Das ist übrigens der richtige Moment, nicht der Moment, in dem man schon anfängt wütend zu werden oder traurig oder was auch immer die Folge ist. Die Auswahl an negativen Gefühlen ist ja groß. Oh Gott, hier sind wir. Sondern vorher. Man sollte aufhören und aussteigen, wenn man merkt, jetzt ist es soweit, dass beim nächsten und übernächsten Mal das passieren würde. So, jetzt bitte aber wenigstens nicht wieder so lange laden. Das wäre mir sehr recht. Also, es fühlt sich tatsächlich nach wie vor so an, dass das alles irgendwie, wie so ein bisschen durch, als wäre es ein Kunstharz eingegossen. Alles sehr, sehr zäh. Warten durch Honig. Ja, und das, also das merke ich halt beim Aufnehmen hier definitiv, dass wenn ich eine Folge zu viel aufnehme, das eine Problem ist, dass mir dann nichts mehr einfällt, um es zu reden und ich dann lange Schweigepausen mache, das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil das beim Ansehen, das merke ich auch beim Schneiden dann, ah, das dann, also das ist ja im Prinzip einfach nur ein, was dem ganzen Rhythmus gibt. Dann ist halt mal eine Weile einfach nur der Flow der Spielaktionen im Vordergrund. Aber das andere ist, dass eben auch dann dieser Frustrationsspeicher voll ist. Man ist gestorben, jetzt lädt schon wieder so lang, also irgendwas stimmt hier nicht. Okay, weil das, ich dachte, vielleicht muss er dann das Level, weil man ja weite, ich habe ja jetzt mehrere weite Sprünge gemacht, aber das ist einfach ein generelles Problem gerade. Irrsinnig lange Ladezeiten. Ja. Es kann auch sein, fällt mir gerade auf, irgendein Update war am Anfang gestartet. Ich hätte jetzt gedacht, dass das, ne, da steht auch Updating. Ach, Xbox. Okay, meine Xbox updatet gerade im Hintergrund ein anderes Spiel. Ich scheine das auch nicht abbrechen zu können. Das ist, äh, das ist jetzt völlig am Thema dieses, äh, dieser Videoserie vorbei, aber das ist was, das mich zunehmend nervt, ich will nicht sagen frustriert, weil sonst müsste man es wieder abstellen, aber das mich zunehmend nervt, dass alle, äh, sowohl Webseiten als auch Betriebssysteme, also Geräte generell, ähm, diese wahnsinnigen Aufmerksamkeitshunger haben und auch zunehmend, ähm, weniger Freiheiten geben, sich dem zu entziehen. Ich habe gerade mein, mein Windows gestartet und dann hatte Microsoft mir da das neue Edge, also diesen blödsinnigen Browser, den sie entwickelt haben als Konkurrenz gegen die bestehenden Browser. Also, jetzt fällt mir gerade wieder an, was wir ja nicht wollen, nämlich Aldrich besiegen und dass das mit den beiden Knights hier schon so mühsam ist, äh, macht mich nicht sehr optimistisch, aber mal sehen. Äh, wir haben ja auch noch den hier drüben, übrigens, fällt mir auf. Können wir natürlich ja erstmal da noch gucken, was es da noch gibt. Es ist ja auch immer noch die Frage offen, ob es hier irgendwo eine Rune gibt, um sich Hilfe zu holen. Das haben wir ja noch mal nicht gefunden. Ah. Doch. Ah. No. 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 Immer. Also, definitiv, ähm, jetzt gerade liegt es definitiv an diesem Update. Das ist gerade, das war reines Glück, dass das funktioniert hat. Die Aktionen haben immer mehrere Sekunden Vorlauf gebraucht. Also, wir sehen uns auf Master und eine geschlossene Tür. Ich versuche mich gerade zu erinnern, was hier im Original Anor Londo war. Ja, nix war da, die Türken, nicht auf. Hier drüben waren ja die Archer. Wo sie hier sehr viel tiefer sehe ich gerade auch sind. Also, es deckt sich nicht ganz, weil da, wo jetzt dieser Turm steht, war der andere, ist ja egal. Das ist ja jetzt uninteressant, das ist das alte Spiel. Ähm. Ja, das Item mitnehmen. Wollen wir mal, dass wir hier unten nichts übersehen. Ähm. Ja, da drüben ist der Turm, in dem wir am Ende irgendwann mal springen wollen. Das müssen wir mal gucken, wie wir das schaffen. Aber das mache ich nicht, bevor ich nicht Aldrich erledigt habe. Und das ist jetzt mit sieben Estusflaschen. Vielleicht einen Versuch wert. Aber jetzt, weil wir hier die ganze Fläche für uns haben, brauchen wir mal auch ein bisschen nach dem Rügel. Wir uns Hilfe holen können. Wir sind ja immer gelegentlich versteckt, diese Botschaften. Oder diese Schriftzüge. Da sehe ich jetzt nix. Hier vielleicht? Nein. Nein. Zwei, sieht schlecht aus. Vielleicht muss man Aldrich tatsächlich... Gab es ja, glaube ich, im ersten Teil auch den ein oder anderen Gegner, den man alleine besiegen muss. Vielleicht ist auch Aldrich so einer. Drücken sehe ich jetzt auch nix. Vielleicht aber noch ein Gegner ist. Das müsste jetzt nicht unbedingt sein, weil... dass uns hier den Estus kostet. Aber ist niemand mehr. Ach ja, hier ist ja der Blacksmith, der Tote. Auch wieder so ein Fall von... Krokodilstränen, weil man ja, wenn man den ersten Teil ernsthaft spielt, am Ende, wie gesagt, alle... ...benannten Computerfiguren umbringt und... ...sich ihre Items holt. Das heißt, den habe ich auch schon mehrfach selber umgebracht. Meine Sadness darüber, dass er jetzt schon wieder tot da liegt, erhält sich ein bisschen in Grenzen. So. Jetzt haben wir natürlich immer noch dieses Monster hier. Und das bleibt auch so, weil das... ...kostet mich jetzt zu viel, dass ich weiß eh nicht, ob sieben Flaschen genutzt sind. Ich fürchte nein. Zick, zack hier, damit ich nicht so... ...ah... ...lögen Flammen, gerade sage ich es... ...treffen. Ja, man schafft es. Gut, hier sind wir wieder. Das ist eigentlich kaum spielbar. Das ist sehr uneinheitlich, die Framerate. Das ruckelt total. Deswegen hatte ich da auch so Schwierigkeiten. Das ist überhaupt kein flüssiges Bild. Vielleicht muss ich erst mal ein Xbox-Problem lösen, bevor ich... ...he ernsthaft... ...die Chance habe. Ja. Oh je. Schon sind es nur noch fünf erstes Flaschen. Und schon. Ich verstehe. Also, ich guck nochmal, ob ich dieses Update bremsen kann irgendwie. Fortnite added to home, Pause updating. Okay. Gut, vielleicht hilft das. Denn das ist so nicht machbar. Die Framerate. Ich weiß nicht, ob man das im Video auch sehen wird, aber die Framerate ist das und ich habe gar keine Chance zu reagieren, weil das so schwerfällig alles ist. Und das ist genau genommen, das ist hier eigentlich jetzt auch schon. Das sind keine 30 Frames pro Sekunde, das ist ein Schrott. Dann klappt das jetzt mal ein bisschen. Wieder ein Estus weg. Okay. Also, besser als vorhin. Mal 10. Und es ist ja eh, wenn die Framerate so ist, wie sie gerade ist. Hier ist ja eh nicht der Estus der Limiting Factor, sondern wir sterben einfach, weil wir nicht ausweichen und heilen können. Da ist es dann auch egal, wie viel die Lebensenergie mehr mitbringen. Das muss nicht von denen getroffen werden diesmal. Sehr gut. Gut. Hier irgendwo müssen wir sehen liegen, da sind sie. Okay. So, der hat zwei oder drei verschiedene Angriffe. Er hat diese kleinen Leuchtkügelchen. Er hat das, diesen Riesenangriff, den ich jetzt beinahe eigentlich vorher gesehen habe, aber gerade noch kapiert habe, dass ich die Auslöschen muss. Und dann hat er diesen Regen, aus Dolchen oder was das ist. Muss man natürlich eigentlich bei diesem Regen oder machen, was man muss gehen. Let me go. Man muss die Angriffsmuster durchschauen, sodass man entsprechend agieren kann. Also das kann man dann ganz gut vermeiden. Das darf einen schon gar nicht zweimal in Folge treffen. Und das Schlimmste ist dieser Dolchregen, den muss man dringend ausweichen. Da ist er wieder. Das ist sehr, sehr tödlich. Das ist sehr, sehr tödlich. Das ist aber anscheinend nicht der ideale Punkt, um zu trinken. Das ist nochmal gut gegangen. Das ist nochmal gut gegangen. Ja, komm, noch zwei. Also, okay. Fazit. Das ist machbar, aber nicht leicht. Und wenn er sowas macht, wie gerade durch die Framerate eigentlich auch fast nicht möglich. Weil auch da wieder die Framerate ist so langsam, dass ich gar nicht genug Möglichkeiten habe auszuweichen. Und wenn ich nicht ausweichen kann diesen Serien von Angriffen, dann bin ich einfach tot. Also ich werde irgendwie herausfinden müssen, wann das liegt und wie ich das geheben kann. Also auch hier jetzt, warum hat der zweite Angriff nicht funktioniert? Das ist doch nicht zu fassen. Das gibt's doch nicht. Okay, also ich werde vielleicht, wenn ich das hint anstellen müssen, bis ich die technischen Probleme gelöst habe. Weil das ist ja wirklich kaum zu machen. Und das kommt mir wirklich so vor, als würde da so ein Aktionspuffer volllaufen. Und dann werden einfach die ganzen Angriffe auf einmal ausgeführt. Und ich habe keinerlei Möglichkeit mehr einzugreifen. Vielleicht ist das jetzt auch wieder was, was ich später, wenn ich mir das angucke, dann anders bewerte. Und das ist auch so ein Teil, ich hatte jetzt ein paar Mal die Situation, dass ich von hinten, so wie gerade, hinter dem Ritter zu stehen komme. Das ist ja immer der Idealfall, dass man die, wie im Karate, sich einmal um den Gegner rum bewegt. Und dann der nach vorne attackiert und man von hinten mehrere Angriffe ausführen kann. Und normalerweise ist das so, wie es gerade war, dass dann eben in diesem 2-3 Sekunden Rhythmus diese Angriffe kommen. Und vorhin kam einer und dann ist erstmal nichts mehr passiert. Obwohl ich definitiv mehrere gedrückt hatte. Also das ist wirklich... Es ist ein bisschen schade, weil das Spiel ja eh schon schwer ist. Und wenn dann die Techniker noch nicht mitspielt, dann bin ich wirklich ein bisschen am... Die Blighttown-Steriors, die ich gehört habe. Ich habe das ja nie gespielt. Ich habe dann ja... Was war das denn jetzt wieder? Ich habe dann wieder die Master-Version gespielt. Und ich habe Lifetime die Zähne gezogen bekommen. Ich fürchte, das sieht nicht gut aus. Vielleicht werde ich hier irgendwas deinstallieren müssen. Und hoffen, dass das hilft. Denn das ist ja auch noch so eine Sache. Ich weiß gar nicht... Bei Computern ist das auch schon ein bisschen undurchsichtig. Ich glaube, Microsoft hat irgendwann Defrag... Festplatten-Defragmentierung ins Betriebssystem eingebaut. Aber das jetzt auf der Xbox auch so ist. Also wenn jetzt zum Beispiel dieses Spiel auf einem schlechten Teil der Festplatte liegen sollte. Auf einem Teil der Festplatte, der nicht schnell zugänglich ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Stamina hat der denn? Wie lange kann denn der Angriff rennen? Das ist doch... Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist alles so schwerfällig und ruckelig. Und dass ich gar nicht viel anders machen könnte. Ja, auch das... Wie lange hat das jetzt gedauert, bis diese SoulZuidfecht-Nachricht aufgetaucht ist? Das ist alles. mal gerade näher sich nicht so aus ich dachte vielleicht hat er jetzt einfach auch die kill gewechselt und installiert kann ein anderes spiel statt dem das passiert ja das meine ich manchmal klappt das und manchmal das ist was da passiert möchte ja mal wissen dieses dreifach im kreisen das gibt es doch mal nicht es sind schon wieder nur sieben also einerseits ist der kampf so schwer dass ich wahrscheinlich nicht an dem punkt ankommen werde wo die sieben alle sind und ich mich ärgere andererseits wenn ich es schaffen werde ich wahrscheinlich so viel erstes brauchen wie möglich was übrigens auch nicht gerade zu der erkenntnis das geht ja immer sehr schnell weil ich auch nicht darauf achte mit dem aufsammeln von sachen habe ich glaube ich habe ein bonchard aufgesammelt das heißt ich kann die erste flasche noch mal aufwerten das bringt zwar nur so halb was weil die dann also die sind ja im moment sowieso wenn ich die trinke meistens mehr als ich brauche aber auch nicht immer und vielleicht kann man dadurch auch noch mal ein bisschen was rausholen schaden kann es nicht also machen versuch denn dann wie gesagt die botschaft der heutigen folge ist wenn es um frustrierende dinge gehen wenn es um dinge geht die am selbstbewusstsein nagen oder die sich anfühlen wie rückschläge ist die kunst die stoisch kunst das gleichmöglich hinzunehmen und als herausforderung zu begreifen und die praktische kunst zu wissen wann daraus folgt dass man jetzt aufhören muss es zu versuchen weil man die ressourcen nicht mehr hat um diesen umbau von zu nehmen diese attacke auf das eigene selbstwertgefühl umzumünzen in was positives und ich merke dass das bei mir gerade so ein bisschen sich aufbaut auch weil das spiel halt wirklich nicht netz zu mir ist in der rein technischen zahlen also das ist wie es eigentlich laufen müsste glaube ich weil so gut kenne ich meine fähigkeiten auch und was da das ist auch sehr merkwürdig dreh ein problem natürlich nachgefahren wir haben ist die wir uns management ist scheißlich und ich weiß auch nicht wie ich das lösen sollen weil ich müsste das schild loslassen das ist die erkenntnis probiere ich jetzt mal mit dem schild nur decken wenn tatsächlich auch eine attacke kommt sofern die framerate einigermaßen intakt ist werden die ja lange genug voraus angekündigt dass man tatsächlich nur defensiv aber es ist wirklich das ist ein bisschen frustrierend so die ersten ein zwei sekunden nach dem laden ist das alles sehr sehr wackelt da ist noch ein angriff unter und da was ist das mit dieser kamera schon wieder warum springt die da so ich verstehe es nicht gut da ist ihnen falls die erkenntnis da nicht so viel bewegen dann springt die kamera nicht ganz so weit ich habe mich jetzt kaum bewegt und sie ist nur 180 grad einmal gesprungen ja ja gut also letzter anlauf auf aldrich devourer of gods das ist übrigens ich habe nicht mehr was zu sagen na wunderbar ein lore element wahrscheinlich ein ganz interessantes ist das ja hier ja überall tote götter rumliegen und hier ist ein devourer of gods der wird die wohl auch im gewissen haben ach so was man natürlich auch noch ach das ist doch was ist denn los fällt dem nichts anderes mehr ein das fängt ja an wieder an mit fünfmal von diesem scheiß da super heavy mega soul arrow oder wieder und ich habe nicht genug zeit um ihm auszuweichen wenn ich ihn kommen will das ist weil die animationen die so gesendelt sind ich habe keine Ahnung die muss vielleicht ein bisschen näher bei aldrich bleiben und irgendwie diese fluchtberührer zwingen und dann ist ja erstmal ruhen mit dem ja du hast das zurweiß Das ist jetzt, da muss ich erstmal noch lernen, was die einzelnen Bewegungen für die Attacken bedeuten. Ich habe noch nicht verstanden, wann diese Attacke kommt, denn da ist ganz klar, da darf man nicht angreifen. Da muss man in einem Bogen durch den Raum rennen, damit dieser Deuchregen nicht erreicht, denn der macht so viel Schaden. Der kann einen, glaube ich, alleine umbringen. Also einen Versuch noch. Das finde ich hier gerade ganz gut, dass das jetzt wieder die Frustrationsspeicher ein bisschen auffüllt. Wir haben, dass hier jetzt wieder Scheiße läuft. Jetzt kommt der andere von hinten weg nicht hin. Alle zusammen. Geht ja auch gar nicht gut aus. Was ist da? Ah! Warum ist denn das mal so anders? Keine Konsistenz ist da drin. Wirklich? Den habe ich... Und dann ist es auch noch mit der Kampfmechanie, wo ich in den Gang war. Das war jetzt wieder, jetzt hat er wieder den Angriff nicht ausgeführt. Macht mich nicht froh. Ich glaube, und... Das ist auch dann als Abschluss ganz gut, denn jetzt merke ich, das ist jetzt wirklich das letzte Mal. Jetzt bin ich mal... Und höre auf die Signale, die sagen... Ich höre auf die Signale, die sagen... Ich höre auf die Signale, die sagen... Ich glaube, da ist jetzt gerade erst seine Health Bar aufgetaucht. Das ist alles wahnsinnig laggy und buggy. Also nicht buggy, aber die ganze Mechanik ist irgendwie beschädigt. Die ganze Bewegung, ich bewege mich wie in Zeitung für die ganze Zeit. Scheiße. Okay. Wie gesagt, das war's dann. Ich nehme meine eigene Lektion an und entscheide, genug Frustrationen gehabt. Ende für heute. Aber ich glaube, das Besiegen von Aldrich ist in greifbare Nähe gerückt. Nächstes Mal schaffen wir das. Und dann geht es über Fend Capito weiter. Beziehungsweise wir können dann auch versuchen, hier mit dem drehbaren Turm. Hier nach unten müsste es ja... Genau, da müssen wir rüber. Das wird sich machen lassen. Aldrich nächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.